Mein Name ist Markus Geisler, bin von der Geisland-Hilschberger Steuerberatung. Für was steht unsere Kanzlei? Unsere Kanzlei steht für Automatisierung und Digitalisierung im Bereich des Rechnungswesens. Was heißt jetzt Automatisierung und Digitalisierung im Rechnungswesen? Das bedeutet, dass sämtliche Prozesse, angefangen von der Beleganlieferung bis zu den Auswertungen, die unsere Klienten erhalten, alles automatisiert und digitalisiert abläuft. Jeder, der bereits einen Steuerberater als Unternehmer beauftragt hat, kennt das. Man bringt die Belege nicht mehr dem Steuerberater. Diese Belege werden ja bei meinen Berufskollegen ja alle schon automatisiert übergeben. Was heißt automatisiert übergeben? Eine E-Mail mit den Rechnungen drein? Irgendein Tool, wo ich die Belege hochladen kann? Für uns in der Kanzlei ist das nur ein Übermittlungskanal. Es kommt auf die Verarbeitung der Belege drauf an. Was heißt Verarbeitung der Belege? Dass nicht schon wieder, so wie bei den Papierbelägen, jemand da hockt und diese Belege händisch abtippt. Das ist nicht mehr zeitgerecht. Belege gehören digital verarbeitet. Mittels OCR-Erkennung viel besser noch, dass sie Systeme mit zusammenreden. Was heißt das Systeme mit zusammenreden? Dass beispielsweise ein Ausgangsrechnungsprogramm Daten zur Verfügung stellen, diese automatisiert in die Buchhaltung integriert werden können. Beispielsweise bei den Eingangsrechnungen. Im Bereich der Eingangsrechnungen stellen wir unseren Klienten Tools zur Verfügung. Jetzt fragen wir uns die Klienten ja, welches Tool ist denn das? Wir können nicht eine Pauschalaussage den Klienten dann machen, sondern wir müssen schauen, welches Tool am besten zu unseren Klienten passt. Welches Tool lässt sich am besten integrieren in das bereits bestehende System? Das heißt, will der Klient nicht nur diese Eingangsrechnungen übermitteln, will der Klient auch ein Tool, will der Kunde ein Tool, um diese Rechnungen zu prüfen, sachlich, kaufmännisch zu prüfen. Und dann automatisiert einen Datenträger für selber, beziehungsweise für die Überweisungen bereitzustellen. Auf das muss eine digitale, automatisierte Kanzlei genau schauen. Welche Vorteile hat diese Automatisierung? Man hat nicht nur einen Vorteil. Es bestehen zahlreiche Vorteile. Angefangen von der Zeitersparnis bei unseren Klienten. Über diese zeitnahen Auswertungen, die wir den Klienten bereitstellen können. Und die Banken, die uns eh darauf dringen, immer kurzfristiger diese Auswertungen zu halten. Dass man diese Auswertungen auch bereitstellen kann. Unsere Philosophie ist es nicht, dass man die Buchhaltung macht, weil man es machen muss, sondern dass man sie macht. Dass man einen positiven Effekt daraus zieht, dass man sagt, es ist eine Wind-Situation, dass ich die Buchhaltung mache. Mit diesen Auswertungen, die ich geliefert bekomme. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass sich die Honorare zwischen 20 und 40 Prozent reduzieren zu diesen klassischen, ursprünglichen Leistungen. Das Papier, das war, hat ja alles abgetippt werden. Das ist ja nicht mehr. Durch diesen direkten Import lässt sich natürlich nicht alles weg rationalisieren. Aber die Mitarbeiter, die in unserer Kanzlei dafür beschäftigt sind, nehmen die Zeit und prüfen diese Buchhaltungen, stimmen diese Buchhaltungen viel besser ab wie früher. Weiter bieten wir unseren neuen Klienten eine Vierfach-Garantie an. Das heißt, dass wir Mitarbeiter einsetzen, die in dem Bereich auch tätig sind. Das heißt, wenn ich ein Gastronomiebetrieb und interessiere mich für Buchhaltungsleistungen im Bereich der Gastronomie, dann setzen wir auch ausschließlich Mitarbeiter ein, die in diesem Bereich bereits tätig sind. Die zweite Garantie ist die Exklusivitätsgarantie. Das heißt, dass wir nicht ein 0815er-Programm einsetzen, sondern dementsprechende Tools, dementsprechende Programme, die zu den Klienten passen, auch einsetzen. Die dritte Garantie ist die Qualitätsgarantie. Wir arbeiten mit ganz strengen Qualitätsstandards. Das heißt, wir haben ein Vier-Augen-Prinzip. Alle Ausbeutungen, die unser Haus verlassen, diese betriebswirtschaftlichen Ausbeutungen, werden immer gegenkontrolliert, bevor sie unsere Klienten erreichen, damit dieses Zahlenmaterial wirklich höchsten Qualitätsstandard hat. Und die vierte Garantie ist die Qualitätsgarantie und die Zufriedenheitsgarantie. Die Zufriedenheitsgarantie ist einfach, wenn ein Neuklein sagt, ich kann mich eigentlich nicht, ich passe mit dieser Automatisierungswelt nicht zu euch, dann bieten wir in den ersten drei Monaten einen Rücktritt an. Da sagen wir, okay, wenn es dir nicht taugt, du mit uns diese digitale Welt, diesen digitalen Weg nicht einschlagen willst, dann verzichten wir auf die Honorare der ersten drei Monate. Wenn du in die Welt der Automatisierung, Digitalisierung einsteigen willst, dann informiere dich mal auf unserer Homepage, da haben wir alles sehr gut genau beschrieben, oder ruf mich kurz zu, dann würden wir das persönlich besprechen, wo es wirklich das Richtige für dich ist, beziehungsweise mache einen Termin aus und komme ins Benz vorbei. Es darf mich freuen und bis dann.